Rote Rosen, drängt sich Valerie doch noch zwischen Jordis und Klaas? Tatsächlich hatten sich Jordis und Klaas bereits bei den Roten Rosen kennengelernt. Aber wie immer bei Telenovelas gibt es ein Problem. Diesmal in Form von Valerie, wie in jeder Staffel musste das Traumpaar die Roten Rosen einige Höhen und Tiefen durchleben. Doch Jordis, Diana Steli und Klaas, Sebastian Dehl, haben zueinander gefunden. Staffel der beliebten ARD-Telenovela ist noch nicht vorbei. Doch die 22. Das bedeutet, dass die Autoren dem Paar immer noch viel Material vor Augen führen können. Der Jeddah, rehnende Mirkan, versucht, die Geheimnisse der Familie Kilitz aufzudecken. Doch anstatt beispielsweise herauszufinden, dass Mo, Jonas Komato bei, schwul ist, wird Jordis schließlich zum Opfer der Recherche. Seine Ex-Stiefmutter findet heraus, dass Klaas Valerie, Maike Johanna Reuter, geschwängert hat. Wie können die Protagonisten das erklären? Doch das ist nicht das einzige Problem, das das Paar hat. Denn Valerie leidet stark unter Durchbruchblutungen. Klaas nimmt seinen untreuen Partner sofort mit zu sich nach Hause. Glücklicherweise nimmt Jordis dies relativ gelassen, auch wenn ihre Konkurrenten ihr Bestes geben, um ihnen in die Quere zu kommen. Dabei verstößt sie immer wieder gegen die von Klaas aufgestellten Regeln, doch zum Glück bleibt das Paar stabil. Als Dankeschön überraschte der Arzt Jordis mit einem romantischen Abend bei den drei Königen. Wird diese Harmonie lange anhalten? Wird diese Harmonie lange anhalten?